So Leute, und hier sind wir wieder bei einem neuen Part von The Elder Scrolls 4 Oblivion und ja, wir suchen hier in Shardinal das Haus von der Kämpfergilde. Es ist gut, euch zu sehen. Und ich glaube, ich habe sie gefunden. Nein, natürlich nicht. Äh, Gott, wo ist denn die? Wo ist die hier? Ja, das ist, ne? Da ist die Herberge. Herberge. Da gab es ein sehr, ein, 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 ein relativ, na, sehr lustig, ich weiß nicht, ein relativ lustigen, ein relativ lustiges Wortspiel bei, bei, äh, Dragon Quest V, wer es gespielt hat für den DS. Auf Deutsch übersetzt. Ist das hier? Ne, es sieht mal auch wieder nach einem Herrenhaus aus. Eisentorn, nein. Achso, das ist das Haus, was ich, auch ein Haus... Alter, du hast zu viel Schwager, äh, Schwager, Schlager gehört. Gott, was machst du denn hier? Ich kenne euch nicht und ich will euch auch nicht kennenlernen. Und ich möchte dir ins Gesicht furzen und sagen, wie scheiße du bist. Ach, leck mich doch. Ach, Mann. Wo ist denn jede Kämpfergilde? Wop. Das kann doch nicht Sinn. Hier war ich ja auch schon. Aber wo ist denn die? Das kann doch nicht sein, die muss doch hier irgendwo sein. Na, man lauf vorwärts, du Trottel. Hier vielleicht. Sieht nicht so aus, man kann ja mal... Nein. Ach, das ist das Haus, was bewacht wird, ne, weil hier irgendwie so ein Wahnsinniger drin wohnt. Ist auch noch ein sehr trauriger Quest, glaube ich, sogar, weil da irgendwie jemand... Wird der alle irgendwann später noch sehen. Ich werde es auf jeden Fall später auch machen. Ist aber, glaube ich, ein freier Quest. Aber wo ist denn hier die Kämpfergilde? Kann doch nicht sein. Nein, 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 nein. Nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Wo bin ich denn? Ich schwimme einfach dahin. Warum habe ich die denn bitte nicht gefunden? Ach Gott, dafür habe ich Leute beleidigt. Leute, die mir dumm kamen. Was steht hier? Das ist, das ist, das ist, glaube ich, dieses... Oder das ist, glaube ich, nur Kammerdiener oder so. Ich habe keine Zeit für nach. Gott, hier, so. Ja, wir müssen uns hier ja unseren nächsten Auftrag abholen, weil der... Ah, weil er nicht wieder hieß, weil der uns hier hingeschickt hat, weil der keine, keine, ähm... Keine Aufträge mehr für mich hatte. Und das muss der sein. Buruts, Kro, Kasch, genau. Ihr sucht hier doch Arbeit, ihr nichts. Vielleicht möchtet ihr einen Auftrag. Man kann es auch freundlicher sagen, du Arsch. Ich denke, ich habe etwas für euch. Wir haben eine Waffenlieferung für die trostlose Mine. Das ist euer Auftrag. Aha. Äh, ja. Kartmarkierung hinzugefügt, Kriegshaber hinzugefügt. Bewegt deinen Arsch, Stiefel. Hui. Ein, ein, in einem Spiel ab zwölf wird arisch gesagt. Äh, mal, lass mich durch, du. Äh, ja, dann gehen wir nochmal zur Mine hin. Äh, wo... Die müsste sich eigentlich ganz hier in der Nähe befinden. Wir finden ja hier trostlose Mine. Da sind, glaube ich, ein paar Goblins drin oder so. Dann gehe ich nochmal direkt hier zum Schwarzufer oder wie das heißt. Das ist nämlich ein... Ja, eine, eine, eine Stallung und, äh, ist halt außerhalb der Stadt und, äh, es geht alles ein bisschen schneller. Ist, äh, schön. So, ähm, ja. Hm. So, der Pfeil führt mich also dahin. Dann gehe ich da hoch und dann gehen wir weiter. Falls ich hier hochkomme, das sieht sehr steil hier aus. Aber nein, 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 ich komme hoch. Was? Ich fange ein Ritter, irgendwas bitte, so. Und ich laufe einfach nur querfeldein. Ja, das ist es eben. In, äh, in Gothic 3 habe ich schon mal in einem Park, äh, Part erwähnt. Äh, wäre sowas nicht nötig. Da könnte ich nicht einfach so mal eben, ja, geh mal da hin. Und dann könnte ich nicht einfach mal so schnurschnack, äh, schnurschnack, schnurstracks, schnurstracks geradeaus da hinlaufen. Ja, das ging. Das finde ich hier eben ein bisschen schade. Das hätte man hier auch gut einbauen können. Äh, stattdessen haben sie viele at uns gemacht. Okay, es sind nur zwei Stück, aber egal. Ja, ach, hier sind wir doch schon. Hier ist doch die trostlose Miene. Na. Und hier stand hier nicht gerade irgendwo jemand? Hier haben wir doch, hier ist ein Goblin. Komm her, du Goblin. Und er hat sogar Pfeil und Bogen. Aber egal, das stört mich kein bisschen. Und das ist noch ein Goblin. Lauter Goblins, ihr hässlichen Viecher. Äh, das sind doch keine Gegner, ey, er ist doof. Ähm, was ist das denn? Pilze. So, aber, äh, eine Waffenlieferung hierhin. Hm. Dann muss hier wohl jemand drin sein, der das braucht. Hätte ich vielleicht mal vorher machen müssen, bevor ich hier diese komischen drei Diebe da fertig gemacht habe. Aber ist ja nicht schön. Da sind sie ja auch schon. So. Hallihallo, Hallöchen. Gut, dass ihr es geschafft habt. Ihr solltet mit Rihanna sprechen. Wo ist die denn? Äh, Bäh. Äh, wer ist das denn? Sie hier wahrscheinlich, ne? Ja. Ihr müsst die Verstärkung von der Gilde sein. Gut. Ich hoffe, ihr habt Waffen für uns. Ja. Waffenlieferung. Ihr habt es geschafft. Gerade noch rechtzeitig. Wir haben hier Ärger mit den Goblins. Ich nehme den Bogen. Ihr gebt die Waffen meinen zwei anderen Männern. Boah, was seid ihr Luschen, ey. Auch ihr. Wir gehen jetzt so viel Mann auf Goblinjagd? Oder der kann doch nicht euer Ernst sein. Das ist doch. Für ein paar Goblins braucht man doch keine, keine, keine Armee, sag ich mal. Wollt ihr mir nicht hinterher, oder seid ihr so? Achso, die muss ich denn erst geben. Ja, äh, Waffenlieferung. Ich bin... So, äh, hier nehmt den Hammer. So, und du, Hanselmann, Christa Schwert. Ja, komm, so, Waffenlieferung, so. Äh. Dann wollen wir noch mal los, so. Ich warte. Äh. Warte, die mir nicht hinterher. Hab ich doch. Bringt die Waffen zu den anderen. Ja, hab ich doch. Geht doch her. Idioten, so. Ja, komm. Waffenlieferung. Ich brauche nicht zwei... Ja. Scheiße. So. Ich warte. So, lieferte Waffen, äh, drei Mitglieder, äh, machen die meine Goblin frei. Okay, dann machen wir das doch. Also, komm. Dann machen wir die ollen Viecher doch fertig. Und rein damit. Jetzt müssen die halt erst aufmachen. Ach ja, das ist doch... Das hätt ich auch alleine machen können. Nur so ein olle Goblin. Ich hätt ich auch alleine fertig. Ja, klar, die haben so, so viele Leute umgelegt. So ein paar olle Goblins da. So würde ich euch auch gerne nennen, aber... Leider kann ich an diesem Spiel nicht sprechen. Außer hier, was ich hier gar nicht so sage, aber... Ist ja auch ziemlich egal. So stirbt du Goblin, so. Ach man, ist das eine lächerliche Aufgabe. Wie gesagt, die hätte ich auch locker alleine machen können. Das ist doch... Ist hier gar keiner mehr. Die gefährlicher waren als ihr. Ja, ich auch. In vorigen Parts. Drei sehr gut bewaffnete Diebe. Obwohl, ich hab die auch... Oh, nämlich zu rein. Fällt mir gerade mal auf. Hab ich die fertig gekriegt. Interessant. Die Viecher dürfen nur lange... Oh, der mag tot sein, ne? Ah, nein, hier ist noch einer. Komm, hier. Den krieg ich noch. Den einen hier krieg ich noch. So, komm, stirb. So. So. Äh. Äh. Ich geh mal hier her. Affen wegstecken. Die brauche ich wahrscheinlich überhaupt nicht mehr. Wo seid ihr denn jetzt alle? Oder seid ihr schon wieder alle nach oben gegangen? Gut möglich. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Wo sind die denn? Von hier kamen wir her. Ja, dann müssen die sich noch irgendwo hier unten befinden. Oder, oder... Seid ihr so blöd oder so schwach und wurdet von den... ...albernen Goblins da niedergemetzelt. Das kann ich mir kaum vorstellen. Sagt jetzt nicht, ihr kämpft noch ehrlich. Sagt jetzt nicht, ihr kämpft noch ehrlich. Mir macht das überhaupt nichts aus. Mir macht das überhaupt nichts aus, kommen sie. Dass die überhaupt Verstärkung gerufen haben. Ach, guck mal hier eine Schatzpiste. Mal mal auf. Und Gold ist auch noch drin. So, äh... Verschüttet. So, aber... Sind die jetzt tot oder was? Wo sind die denn? Also... Ja, das ist keiner von denen. Was sind die denn bitte? Also möchte ich jetzt gerne wissen, ob die jetzt tot sind oder noch am Leben sind. Ja, das ist... Nur ein Silberner. Nehmen wir einfach mal mit. Das ist auch keiner von denen. Das ist ein Bergmann. Nehmen wir mal hier lang oder sind die schon wieder alle oben? Kann auch gut möglich sein. Ach, egal. Ich muss mich ja eh nicht mehr um die kümmern. Das ist ja jetzt egal. Die können auch hier wahrscheinlich schon wieder sein. Sind sie aber nicht. Wahrscheinlich sind die raus oder so. Naja, egal, ne? So, und ich kehre zurück nach... Schadinal. So. So, und mache an dieser Stelle erstmal wieder Schluss und sage bis zum nächsten Part, Leute. Also, ciao.